Innovation, Flexibilität, Kundennähe. Diese drei Schlagworte haben Neoplan über die letzten Jahre und Jahrzehnte geprägt und sind aus der Firmenphilosophie nicht mehr wegzudenken. Neoplan, einst der Name für die erste freitragende Buskarosserie, die Gründervater Gottlob Auwerter und seine Ingenieure entwickelt haben. Neoplan, ein Garant für revolutionäre Neuentwicklungen und eindrucksvoll gesetzte Meilensteine in der Busgeschichte. Der Typ Hamburg revolutionierte die gesamte Omnibusbranche und ist damals seiner Zeit um mehr als eine Buslänge voraus. Es folgen weitere Neuentwicklungen, die in der Branche Zeichen setzen. Der erste Reisedoppeldecker, der weltweit größte Reisebus, der erste Niederflurbus der Welt, die weltweit erste selbsttragende Omnibuszelle aus Faserverbundstoffen. Neoplan führt als erster die 15-Meter-Klasse ein. Und Neoplan startet mit einem neuen Buskonzept in die Zukunft. Ein neu entwickeltes intelligentes Energiemanagement und Radnabenmotoren werden innerhalb kurzer Zeit Standards in der Omnibusbranche. Aber wie sieht der Bus von morgen aus? Diese Frage stellen sich unsere Designer, Entwickler und Ingenieure immer wieder von Neuem. Unsere Spezialisten und Expertenteams arbeiten bereits heute an der Zukunft des Busses. Im Mittelpunkt der Entwicklung stehen die Schonung von Umweltressourcen durch alternative Antriebstechnologien, intelligente Spurführungssysteme, Erhöhung des Fahrkomforts und die Sicherheit unserer Busse. Die Grundlage unserer Forschung und Entwicklung sind die Bedürfnisse und Erwartungen von Unternehmern, Fahrgästen und Fahrern an den Bus von morgen. Wichtig dabei ein ständiger Austausch von Meinungen und Ideen zwischen allen Beteiligten. Eine von zahlreichen Neuentwicklungen, die elektrische Antriebstechnologie. Sie macht die zukünftigen Fahrkonzepte überhaupt erst möglich. Beispiel Stuttgart. Bei diesen zukunftsweisenden Fahrzeugen wird überschüssige Bremsenergie zum Anfahren wiederverwendet. Oder Basel und Lausanne, wo die modernsten Trolleybusse der Welt im Einsatz sind. Durch Energierückgewinnung kann bis zu 25 Prozent Energie eingespart werden. Das bedeutet, jedes fünfte Fahrzeug fährt gewissermaßen kostenlos. Die Zukunft gehört der Brennstoffzelle. Die ersten Vorläufer mit Wasserstoffmotoren sind am Flughafen München bereits im Einsatz. In Bad Füssing fahren Batteriebetriebe der Metro-Liner. Die Busse geben keine Emissionen ab und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer noch besseren Ökobilanz der Kurstadt. In Triest wurde ein neues Entwicklungsprojekt gestartet. Die Energieversorgung des Fahrzeugs erfolgt über ein magnetisches Stromabnehmer-System und vereint so die Vorteile einer emissionsfreien Stadbahn mit denen eines flexiblen Busses. Neoplans Einsatz für neue Entwicklungen und den Bus der Zukunft brachten dem Unternehmen zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen ein. All diese Innovationen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Einer der erfolgreichsten Bushersteller der Welt. Drei Produktionsbetriebe in Deutschland. In Stuttgart, Pilsting und Plauen. Zwei Omnibus-Kompetenzcenter in Berlin und Ehrenhain. Ergänzt von unseren internationalen Lizenznehmern in China, Ghana, Iran, Mexiko, Südafrika und USA. Unsere 2000 Mitarbeiter produzieren bis zu 2000 Busse im Jahr. Und wir sind weiter auf Wachstumskurs. Worin liegt das Geheimnis des Erfolgs? In klaren Fakten. Aber auch in einem Mehrwert. Zum Beispiel ein gutes Design, ein gutes Styling. Ein Spiel mit Farben und Formen. Kurz Ästhetik. Funktionalität und Form vereinen sich zu einer harmonischen Einheit. Ohne Ecken, ohne Kanten. Das Ergebnis, ein Produkt mit unverwechselbarem Charakter. Funktional und elegant zugleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tradition und Fortschritt vereint. Mit über sechs Jahrzehnten Know-how. Neoplan steht für eine industrielle, handwerklich orientierte und flexible Serienfertigung. Unsere Fertigungsphilosophie basiert auf den Prinzipien So viel handwerkliche Fertigung wie nötig. So viel industrielle Fertigung wie möglich. Dank dieser Philosophie ist jedes Fahrzeug ein Original. Gebaut nach den Vorstellungen und Wünschen unserer Kunden. Taktunabhängige Gruppenarbeit erlaubt mehr eigenständiges Arbeiten und fördert das Ideenpotenzial unserer Mitarbeiter. Damit wird möglich, was schon immer zu unserer Philosophie gehört. Das ständige Dazulernen jedes Einzelnen als Voraussetzung für Innovation und Fortschritt. Eine besondere Herausforderung in der Zukunft, die Sicherheit. Für uns eine Selbstverständlichkeit. Unsere Optimierungsprozesse in Sachen Sicherheit laufen kontinuierlich. Damit zu jeder Zeit das optimale Sicherheitsniveau erreicht wird. Neoplan's Testreihen gelten als vorbildlich. Wir testen sämtliche Fahrzeuge in allen möglichen Extremsituationen. So lange, bis unsere Prüfer grünes Licht geben. Für den regulären Einsatz auf der Straße. Das Ergebnis, immer wieder neue, aktive und passive Komponenten, die ein Maximum an Sicherheit garantieren. Zunächst dreht sich alles um die Theorie. Die hier gewonnenen Daten werden praktischen Testreihen und härtesten Prüfungen unterzogen, die so im normalen Straßenverkehr nicht vorkommen werden. Denn sicher ist sicher. Das Wichtigste, Neoplan bietet die mit Abstand breiteste Produktpalette. Für hohe Ansprüche und außergewöhnlichen Einsatz liefert Neoplan modernste Antriebstechnik. Alles individuelle Lösungen rund um den elektrischen Radmotor, umwelt- und ressourcenschonend. Neoplan war weltweit der einzige Bushersteller, der die Fahrzeuge überhaupt realisieren und auf die Straße bringen konnte. Der Zentroleiner, der Erfinder der Niederflur-Technologie, bietet eine komplette Stadtbuspalette. Sieben unterschiedliche Längen in zwei Bauhöhen und unterschiedlichen Türanordnungen. Wir sind sehr zufrieden, mit den Neoplan zu schätzen. Wir haben jetzt nicht nur um 13 Euro gekauft. Der Euroliner, der universelle Reisebus. Unsere Business Class im Europa-Format. Optisch ansprechend, mit ausgereifter Kan-Bus-Technik und überarbeiteter Innenausstattung. Wir sind überzeugt von dem Produkt Neoplan. Sonst würden wir nicht jahrzehntelang schon diese Busse erwerben. Der Cityliner, unser Evergreen, wurde technisch und optisch überarbeitet. Er setzt Maßstäbe in puncto Komfort, Sicherheit und Styling. Kein Bus dieser Klasse ist gefragter. Keiner erfolgreicher. Der Skyliner, das Original und der erfolgreichste seiner Klasse. Wir haben uns für Neoplan entschieden, weil nur diese Fahrzeuge unseren hohen Ansprüchen bezüglich Sicherheit, Technik und avantgardistischem Design gerecht werden. Der Starliner. Image-Träger und unverwechselbares Flaggschiff vieler Fuhrpacks. Mit höchstem Komfort und einem Sicherheitsniveau für höchste Ansprüche. Mit unserem umfassenden Produktsortiment starten wir die Reise in die Zukunft. Gemeinsam mit unseren Kunden. Hier sehen wir uns. Vielen Dank.